hallo liebe damen und herren und herzlich willkommen zu einer neuen folge der dog coach wie immer mit unserem dog coach marion huber hallo marian heute wird es bei uns um das thema der welpe zieht eingehen kono ist jetzt leider kein welpe mehr aber irgendwie für den besitzer bleiben sie doch die kleinen babys deshalb passt er wieder gut zum thema dazu und zwar haben wir zu dem thema auch eine zuschauerfrage bekommen sehr schön und zwar lautet diese frage wenn ich mir jetzt einen welpen anschaffe wo soll ich denn den schlafplatz einrichten gute frage also im endeffekt braucht der welpe zwei liegeplätze im haus oder in der wohnung und als erstes würde ich empfehlen dass der hund mit im schlafzimmer schläft wichtig mit dem schlafzimmer heißt nicht im bett oder auf einem extra großen sofa oder was auch immer was die leute sich da alles so einfallen lassen sondern das bedeutet er kommt mit ins schlafzimmer da sollte er möglichst an einer geschützten stelle liegen so dass du ihm auch vermitteln kannst dass du ihn beschützt und ja in einem körbchen also auf einer decke oder auf einem kissen du kannst auch eine box zu hilfe nehmen ja das wäre im schlafzimmer für die nacht und tagsüber sollte er dort sein wo man sich meistens aufhält da aber auch nicht an einem zu präsenten platz sondern einen platz wo er zur ruhe finden kann und wo er auch nicht strategisch wichtig liegt also ich würde ihn nicht vor natur platzieren oder in dem flur oder vor der küche ja sondern eher vielleicht in der sitzgruppe ja wenn man so eine sitzgruppe hat dass man ihn hier so zur seite legen kann und ihn auch dort platzieren kann okay gut bei mir ist jetzt so der bruno darf bei mir im bett schlafen ja bist du da ein fan von oder eher nicht so es kommt darauf an also man kann jetzt nicht generell sagen jeder hund muss ein bettverbot bekommen ja aber ich würde es dem kleinen erst mal gar nicht angewöhnen vor allen dingen dann nicht angewöhnen wenn ich es auch selber aus hygienischen gründen und platzgründen auch teilweise nicht mag dann würde ich es gar nicht angewöhnen und es ist immer gut den welpen erst mal klare grenzen zu setzen bevor man dann freizügig wird ja und daher erst mal am anfang generelles bett und auch sofa verbot ja das ist so dass wofür ich eigentlich bin es heißt aber nicht dass wenn ein hund im bett liegt dass dann die welt untergeht okay ja gut mache ich da nicht grundsätzlich alles verkehrt hast du wenn du ein hund hast aber das ist jetzt eher bei den älteren hunden aber wenn du ein hund hast der zum beispiel aggressiv dinge verteidigt ja zum beispiel auch das bett oder das sofa ja dann würde ich das erste was ich machen würde natürlich ihn aus dem bett rausschicken okay das macht sinn alles klar okay was natürlich auch sehr wichtig ist wenn der welt ins haus kommt in stuben rein zu bekommen ja wie schaffe ich das denn am besten also wichtig ist dass du nicht darauf wartest dass es dir der welpe anzeigt sondern dass du feste zeiten einrichtest du kannst davon ausgehen wenn du so ein welpen bekommst ja dann wird der unterschiedlich aber zwei drei stunden wird er schon tagsüber aushalten das ist natürlich für die nacht schwierig und da würde ich mir wirklich feste zeiten einrichten wo du mit dem welpen dann raus gehst und wenn der hund nehmen wir an 34 stunden am tag aushält über tag aushält dann musst du eigentlich alle zwei stunden raus klingt gruselig ja ist auch gruselig aber das wird sich auch schnell steigern das ist ja im endeffekt ein training der muskulatur ja und die muskulatur entwickelt sich schnell wenn du ein paar regeln einhältst ja also zum einen nachts solltest du dir tatsächlich eine uhr stellen nicht darauf warten dass der hund unruhig wird dann ist es schon allerhöchste zeit dann solltest du ihn auch sofort unter den arm klemmen ihn gar nicht mehr laufen lassen weil sonst lässt er sofort vielleicht laufen sondern du klemmst ihn dir unter den arm und rennst raus so das für die nacht aber im groben kannst du dich auch an folgende regeln also für tagsüber kannst du dich an folgende regeln halten wenn der hund getrunken hat wenn der hund geschlafen hat also gerade aufgewacht ist wenn der hund gefressen hat wenn der hund gespielt hat also also im endeffekt alles was den stoffwechsel anregt ja dann solltest du pro forma mit deinem welpen rausgehen also nicht sagen gestern hat er vier stunden durchgehalten dann lassen wir das jetzt mal so und gehen erst nach vier stunden raus sondern wirklich wenn du merkst dass diese dinge die ich gerade beschrieben habe stattgefunden haben dann gehst du auch auf dem schnellsten wege mit deinem welpen raus und da meine ich auch wirklich auf dem schnellsten wege weil häufig ist es wirklich der mensch war zu langsam deswegen wird aus dem thema stubenreinheit unter umständen problem also du musst schnell sein feste zeiten vorgeben und dann würde ich auch noch folgendes machen wenn du draußen bist mit dem welpen während er macht sagt irgendwas ja da kannst du sagen mach pipi noch häufchen oder mach mal oder was auch immer auf jeden fall soll der hund das mit einem signal verknüpfen so dass du wenn du dann das nächste mal raus gehst er schon eher weiß was er draußen tun soll nämlich pipi oder häufchen machen und nicht in der gegend rum gucken oder schmetterlinge jagen okay super okay gut werden wir uns dran halten und dann kann noch eine zuschauer frage und zwar geht es auch um das thema stubenrein warum macht man welt auch nach dem spaziergang nicht draußen sondern nur drinnen ganz einfach weil er angst hat okay wovor der angst vor dem großen bären der ihn fressen nein also runde sind territorial veranlagte wesen und wenn du mit dem welpen raus gehst dann ist das ja nichts anderes was er da draußen macht wenn er pipi und häufchen macht markieren der sagt also dass er da ist und ein welpe sollte möglichst unauffällig bleiben weil der ganz schnell ja tatsächlich gefressen werden kann die konkurrenz sieht ungern neue hunde im revier ja und da hat die natur das einfach so eingerichtet dass ein welpe da ein natürliches verhalten zeigt das eben nicht zu tun da draußen und so auffällig zu sein da haben wir auf jeden fall was dazu gelernt das wusste ich nämlich noch nicht ja dann auf jeden fall schon mal danke für die tollen informationen ich habe einiges gelernt sie sicherlich auch und wenn auch sie fragen haben zu ihren hunden zu der hundeerziehung dann schreiben sie uns gerne eine e mail an info at df-tv punkt de dir lieben dank marion und wir sehen uns beim nächsten mal wieder